Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Die junge Dame neben mir, das ist die Vinylicious. Hallo? Jemand zu Hause? Ach so, ich soll dich jetzt schon mal sagen. Ja, okay, okay, gut. Bei mir fragen sie immer, das meiste ist so... Hallo Leute, schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt von uns. Und in diesem Video wollen wir euch ein paar Sachen über uns erzählen. Vielmehr, wir wollten eigentlich ein paar Fragen, die uns häufiger gestellt werden, die wollten wir euch beantworten. Also, wir, das sind zu meiner Rechten, die junge Dame hier, das ist die Vinylicious. Und neben mir der Ole Dacaco. Richtig. Wie reagierst du, wenn du es nicht kannst? Mit wem würdest du am liebsten reden? Was auf der Welt würde dir am meisten fehlen? All diese Fragen würde ich dir so gerne stellen. Was soll ich machen, wenn mir dafür die Worte fehlen? Kann ich echt nicht verstehen? Hab dich vor mir gesehen? Alex Liebmusik hat uns einen super netten Kommentar untergeschrieben und hat gesagt, also, ja, schön, das ist super, was wir machen, das freut uns auch jedes Mal. Aber was er noch geschrieben hat, war eine super Frage, fand ich. Ihn hat es gewundert, dass wir so viel in dem letzten halben Jahr gemacht haben halt. Also, sprich, ja, Songs veröffentlicht haben und natürlich auch dazu die Videos und so weiter. Und er fragt, macht ihr das hauptberuflich? Lieber Alex, nein, wir machen es nicht hauptberuflich, leider, muss ich sagen. Also, ich würde es gerne hauptberuflich machen, aber geht leider nicht, weil mit der Musik verdienen wir halt noch kein Geld oder so. Wir machen es wirklich aus der Leidenschaft daraus. Das ist bei uns beiden einfach nur Hobby, Leidenschaft und wir gehen beide noch arbeiten. Also, es muss, also das Song schreiben, dann das Produzieren, dann die Ideen sich einfallen lassen für die Videos, dann die Videos drehen, das Video schneiden. Das ist alles halt eine Sache nach Feierabend. Also, das wird alles nach Feierabend gemacht, an freien Tagen, an Wochenenden. Kein Mut für ein Wort. Bitte bleib, geh nicht fort. Bitte bleib, geh nicht fort. Wer wohl niemals versteht, warum die Worte mir fliegt. Wie bist du zur Musik gekommen? Das sind Fragen. Oh ja, das ist schon so lange her. Ich habe eigentlich früher schon immer gesungen und habe damals dann auch in einem Veranstaltungsservice gesungen, aus meinem Öhrchen, wo ich aufgewachsen bin und dachte, komisches Deutsch. Egal, ihr versteht mich. Äh, ja, bin dann damals von da auch weggezogen und war dann in einem Musical Ensemble in Wiesbaden und habe das auch so zwei Jahre gemacht. Ja, und dann bin ich mal wieder umgezogen, weil ich es so gerne umziehe, das ist ein weiteres Hobby von mir. Ja, und dann bin ich auch ohne getroffen. Okay, also kurz und fündig geht bei mir nicht so. Also ich habe vor vielen Jahren einen sehr guten Freund kennengelernt, der mich eigentlich zur Musik gebracht hat. Das ist der Datschi. Und den habe ich auf einen unheimlichen Hummel rein. Ich muss die Hummel retten. Ich muss die Hummel retten. Ich glaube, sie ist wieder raus. Bist du raus, ja? Ja. Ah, cool. Ähm, also, ich war bei Datschi gerade. Datschi habe ich kennengelernt auf der Baustelle abends beim Grillabend der Bauherren. Und, ähm, da wurde mir gesagt, hey du, der junge Mann da, der spielt Gitarre. Und kam man ins Gespräch, dann ging es gleich, Schlag auf Schlag, dann hat er seine Gitarre noch geholt bei der Party. Und dann haben wir einfach nur ein bisschen gejampt und so. Und dann wurden wir gefragt, ob wir einen Hochzeitssong für, ja, für eine Bekannte schreiben können. Und ich natürlich, klar, keine Ahnung, wie das gemacht wird. Ich hatte damit wirklich keine Ahnung, wie es gemacht wird, weil ich hatte ja nun zugesagt und musste ja auch nun mein Wort halten. Ja, und dann habe ich diesen Song geschrieben und der kam dann auch irgendwie noch gut an. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns mal noch einen Song machen und noch einen Song machen. Und dann ist das natürlich losgegangen damals, 2004. Und dann kamen ganz, ganz viele Songs. Wir werden wahrscheinlich, hatten wir mal gesagt, aus meiner ersten Schaffensphase wollen wir mal ein paar Songs gleich hochladen demnächst. Einfach nur ein Bild runterlegen und dann einfach mal so ein paar Sachen machen. Und die Hummel ist nicht raus. Nein. Welcher war der schönste Tag in deinem Leben? Wovon hast du mit 18 Jahren damals geträumt? Ja. Ja. Ach übrigens. Hier, wo wir jetzt hier gerade sitzen, das ist also, ja, meine Küche. Unser Proberaum. Ja. Also, ja, und jetzt wissen es auch alle, also, es ist jetzt nicht nur meine Küche. Hier wurden auch schon zwei Videos natürlich gedreht, es war Medizin, haben wir hier gedreht. Und, äh, der Anfang von... Du wirst es sein. Du wirst es sein, genau. Und, ja, heute ist es jetzt nicht nur die Küche halt, es ist wirklich, äh, unser Proberaum. Hier hinten, weiß ich nicht, sieht man jetzt nicht mehr. Hier hinten stehen, steht Mischpult, hier steht, ähm, das Rack und Mikros und sowas alles. Die Box, eine Endstube da unten. Ja, also nur mal so Renten-Info. Also Proberaum haben wir so spezifisch gar nicht, aber das ist ziemlich cool. Man ist im Haus irgendwo... Welches Lied brachte dich schon mal zum Weinen? Worauf hast du dich am meisten gefreut? Für welchen Menschen gab's die meisten Tränen? Was soll ich machen, wenn ich nicht mit dir rede? Wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns vor circa zwei Jahren kennengelernt, ähm, als mein Freund mit Role auf ein Konzert gefahren ist. Die machen immer ihre Konzerttouren. Und da hab ich ihn dann hingebracht auf einem Parkplatz bei McDonalds. Ja. Schleich Währung machen. Und hab ihn da abgesetzt und da hab ich dann Role das erste Mal gesehen. Ja. Und so war das dann erst mal. Und dann kam irgendwie, kam das ja bei euch ins Gespräch. Ne? Ja. Dann bin ich zu euch in die Wohnung und dann, ja, ich bin auch nach Rossow gefahren und, ähm, habe dann, ja, hier einen Song vorgestellt. Also ich hatte ja immer zwischendurch geschrieben auch, wo es nicht so viel los war. Ich hatte ja immer was gemacht in Sachen Musik. Und, ja, dann sind wir im Studio und haben den ersten Song aufgenommen. Bittere Bonbons. Ja. Und, ähm, keine Band im Hintergrund, alles sehr viel improvisiert, sehr viel gemacht und getan, aber kompletter Flop geworden. In meinen Augen. Also es war nicht die Produktion, die ich haben wollte. Also es lag jetzt nicht an dem ich's Gesein. Es lag am Arrangement, in meinen Augen. Das war das Arrangement, was eigentlich nicht gestimmt hat. Also ich war sehr unzufrieden. Und mit diesem Song sollte eigentlich wieder alles beginnen. Ja, hat nicht geklappt. Ein Flop. Und kein Mut für ein Wort. Bitte bleib, geh nicht fort. Bitte bleib, geh nicht fort. Werd wohl niemals verstehen, warum die Worte mir fehlen. Wie die Videos so entstehen. Also morgen, ja morgen bei dem Video. Da bin ich von der Arbeit gekommen. Guckte das auch. Hatte so selben Zeit auch Feierabend. Und dann sind wir einfach los. Einfach rinnen ins Auto und sind halt nach Rostock gefahren. Und auf dem Weg nach Rostock haben wir an irgendwelchen Feldwegen angehalten. Und er hat mich einfach nur gefilmt. Also das war kein Licht dabei. Es war nichts. Es war einfach nur, einfach nur gemacht. Und, ähm, zum Beispiel Doktor Kaputt. Ein Video, vor dem ich jetzt persönlich Angst hatte. Weil wir da nur einen Raum und einen Flur zur Verfügung hatten. Der eigentlich sehr viel von diesen Ideen, die dort drin ist, ähm, lebt. Das Video. Da war es halt so, da war Janni, der jetzt, der wieder besagte, ähm, da war der am Samstagvormittag noch arbeiten. Ist dann mit Arbeitsklamotten zu dem Dreh gekommen. Mit Stahlkappenschuhen und Arbeitshose. Und dann hat er uns einfach gefilmt danach. Und dann nach zwei Stunden wollte er auch wieder los. Und dann haben wir uns gegenseitig irgendwie immer gefilmt. Genau. So entstehen die halt. Also wir haben da kein Regisseur. Ja, On-Boy. Ja, On-Boy. Also wir haben keinen Regisseur. Wir haben... Wir haben nur uns. Und dann machen wir halt. Und wir freuen uns über jeden, der da mitmacht immer. Und, ähm, daran auch Spaß hat. Und so entstehen unsere Videos. Trau mich echt nicht zu fragen. Nein, was würdest du sagen? Nur ein Wort wie Hallo. Oh, oh, oh. Hi, wie geht's oder so? Ja, man muss auch dazu sagen, also was natürlich auch die Zeit bei allem. Ob es nun die Musik machen ist oder diese ganze Videogeschichte. Es geht so viel schief. Das ist... Also was wir schon hatten, das kann man sich... Also... Das ist schon ziemlich krass. Also wir hatten mal wirklich eine Kamera. Das war eine ältere Kamera. Die hat... Während du ein Video gedrückt hast, hat die nur jedes zweite Video aufgenommen. Weißt du? Wir haben gefilmt und gefilmt und gefilmt. Und dann hast du die Speicherkarte noch hier ausge... Er hat wahrscheinlich jetzt wieder Garmes aufgenommen. Wie jetzt sagen gerade, ne? Das läuft nicht und das klappt. Lesen. Und dann hast du... Jede zweite Video war ein Bild nur. Die hat ja ein Bild hinterlegt. Bei Mama war das. Bei Mama, ja. Wir hatten so viel Material dort. Ja. Und wir hatten nachher wirklich nur, da sagen wir mal ein Drittel. Vom Material. Vor allem sollte der Ohne ja eigentlich auch vielleicht mal ein bisschen öfter in einem Video vorkommen, aber wir hatten glaube ich nur einen Tipp, wo Ohne drauf war. Kann mich echt nicht verstehen. Hab dich vor mir gesehen. Und kein Mut für ein Wort. Bitte bleib, geh nicht fort. Bitte bleib, geh nicht fort. Bitte bleib, geh nicht fort. Das macht immer Lini bei uns. Weil jeder hat ja seine Aufgaben. Also ich bin jetzt nicht so der große YouTube-Freak. Ich mach dafür halt andere Sachen. Und ja. Also wenn es ein bisschen länger dauert, wir den beantworten, ne? Oder so. Aber sie kommt. Eigentlich ja, ne? Ja. Eigentlich schon. Kann man sagen. So. Viel Spaß bei Linis neuem Video. Nicht verstehen. Hochgeladen nächste Woche. Vielleicht anderthalb Wochen. Wir werden sehen, wie das wieder funktioniert mit ihrem Dienst. Und viel Spaß dabei. Und euch noch eine schöne Woche. Genau. Bye, bye. Bye, bye. Ciao. duraый würdest du sagen? Nur ein Wort wie Hallo. Oh, oh, oh. Hi wie geht's oder so?